Alter, ich bäng dir die Federn aus dem... So. Wann spawnt dieser Scheißvogel? Wann? Jetzt. Er spawnt immer hier, oder was? Hier spawnt nichts. Oh. Glitsch mal den weg. Glitsch dich. Oh, du glitsch doch endlich. Ja. Nicht sofort springen. Abwarten, bis der Vogel kommt. Töten. Na, egal. Nee, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Okay. Keine Chance. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss, wenn der weggeglitscht ist, sofort rüber. Und nicht erst auf den verdammten Vogel warten. Der trifft mich. Verpiss dich. Bongo, Lippen, irgendwas Dingens. Oh, weg mich. So. Das geht schon mal bis hier hin. Weg mit dir. Hopp. Äh. Nochmal. Okay. Mit ganz viel Ruhe. Jetzt. Und den. Egal. Der kommt nicht wieder, oder? Ah. Ah. Oh. Dämliches. Dämliches Bauernvoll. Äh. Äh. Oh, du. Oh. So was soll die Welt retten. Hallo. Wie soll so was die Welt retten? Ich wette, so was kann nicht mal seine eigene Unterwäsche waschen. Oh. Ich wette. Ich wette sogar ehrlich gesagt. Er trägt noch nicht mehr. Er wird von allem getroffen. Er trägt noch nicht mal welche. Ich wette. Ah. Diese alte Putzlappen-Linja. Das kann nicht wahr sein, ey. Oh. Gut. Oh Gott. Das war doof. Ja, genau. Gut. Ja, genau. Lalalala. Lalalalala. Das ist gut, glaube ich. Nein, es ist nicht. Es war... Oh. Mein... Was? Oh, nein. Aber das killt meinen Drehsprung. Das will ich nicht haben. Und wieder läuft er voller Motivation. Und voller Tatendrang. Los. Mit seinem Schwert. In der Hand. Lalalala. Und hält sich an irgendwas fest. Ey, was muss man anstellen, um sowas machen zu müssen, ey. Ich wette, wenn man in Japan durch das Bewerbungstraining beim Arbeitsamt durchfällt. Dann muss man hier sowas machen. So den... Oh. Ja. So ein Ninja-Dreck. Oh, das geht immer wieder von vorne los. Dabei... Hier Teil 2 oder... Nee, Raum 2 ist so einfach. Ja, geht eigentlich mit einfach. Aber Raum 1 ist nur so todesschwer. Daisy. Oh, natürlich. Egal. Den kriege ich so. Bams. Ich will das Ding nicht haben. Das sind doch sowieso nur Punkte. Jetzt. Nein. Immer der gleiche Wichs. Ja. 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 Yes. Das. Super. Hat er was gebracht? Keine Ahnung. Halt dich schön fest. Was ist da unter mir eigentlich? Ich... Nee, ich will da nicht hin. Ich will es nicht. Nein. Er ist nicht weit genug gesprungen. Er ist so früh abgesprungen. Jetzt. Yes. Will ich Feuer haben? Nein, ich behalte Drehsprung. Genau. Nee, ich... Ja. Genau. Ich behalte... Wie töte ich den dann? Ich will Drehsprung behalten. Es geht nicht, oder? Nee, es geht nicht. Nee, es geht nicht. Toll. Sonst wäre ich da nicht hochgekommen. Denn ja, Leute. Sobald ich im Sprung dann Schlagen drücke, macht er den Drehsprung. Obwohl ich ihn hier so gut hätte gebrauchen können. Aber naja. Erstmal den töten. Ich habe noch zwei Leben. Das ist die beste Runde bisher überhaupt. Und sogar noch 68 Sekunden. Oh, dann leck mich doch. Ach, Moment. Hier gibt es... Ich hätte nur das Ding nicht mitnehmen brauchen. Es sollen dürfen. Bäh. Hier muss ich den Vogel töten. Nein, ich muss ihn hier... Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Bäh. Bäh. Nein. Oh, fuck you. Ich hasse diesen braunen Wichser. Der dreckige Vogel. Töten. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich muss den Vogel... Nein, nicht zu... Oh, Mann. Da kommt der Vogel doch wieder, du Arschloch. Alter. Ich... Töte den verdammten Vogel. Brauche ich nicht. Scheiß um die Fledermaus. Rüber. Wegglitschen und dann sofort springen. Glitschen und springen. Glitschen und springen. Das geht nicht. Lol. Ja. 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 Ey, Fortschritt, Leute. Was muss ich hier machen? Noch ein Vogel. Andere Farbe, aber der gleiche Scheiß. Nein. Was? Nein. Ein Leben habe ich noch. Ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Nichts Doofes machen. Nichts Doofes machen. Du Tellerwäscher von einem Ninja. Nichts Doofes machen. Vogel. Oh. Was ist das für ein Krötenpenner? Ich will das nicht haben. Nein. Nein. Oh, Wivan ist wieder da. Oh, Scheiße. Nein. Alter, du Krötenarschloch. Verpiss dich. Verflänz dich. Ich muss noch. Ich muss noch. Ey. Yo. Yo. Oh, yeah. Yo. 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 Nein. Nein. Geh doch hoch. Geh doch hoch. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Was ist das? Oh, Gott. Yeah. Oh, yes. Oh, yeah. Ich bin in 6-3. Das ist ein Savepoint. Das weiß ich noch auswendig. Aus dem... Oh. Pick dich. Aus dem LP von Funk Royale. Das ist ein... Ein Savepoint. Ja, dann stirb halt. Egal. Es ist ein Savepoint. Seht ihr? Savepoint. Badalala. Wir haben Fortschritt gemacht. Und das nach nur... Warte mal. Verpiss dich doch. Karate Junior Penner. Nach nur... Keine Ahnung. 30, 40 Minuten. Ist ja fast sogar schon gut. Nein. Kann ich nicht unten lang gehen? Nein, kann ich nicht. Hey, Drehsprung. Oh, leck mich. Leck mich. Leck mich. Äh. Der Level ist auch nicht viel besser. Nein. Nein. Oh, Jason. Alter. Fledermäuse und... Dreckige Bagage. Dreckige Bagage. Guckt euch die Bagage da an. Das ist ja widerlich. Okay, was ist... Nein. Ey, das ist der Schlimmste, ey. Das ist der Schlimmste. Dieser komische Ninja mit... 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 mit ADS-Syndrom, ey. Ja, genau der. Das ist der aller... Das ist der aller Schlimmste. Und der Frosch. Was will ich damit? Dreh. Nein. Gott. Goliath ist auch wieder da. Haha. Und Obi-Wan. Na, höh. Na. Fuck. Ein Leben habe ich noch. Oh, fuck you. Wie kriege ich den denn tot? Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Bist du ein Schwein? Oh, God. Leck mich am God. Hier unten gab es Drehsprung. Den will ich haben. Täusch dir. Bäh. Gott. Was damals zu NES-Zeiten alles als... Maschinengewehr durchging. Ich spiele jetzt. Ich muss eben auf die Uhr gucken. Und eine halbe Stunde schon wieder. Mann, ey. Willst du ein Tornado imitieren, oder was? Falls ja, hier. Bravo. Ich applaudiere für dich. Hier. Hier. Oh. Gott. Ist das so glaubwürdig. Ich weiß doch gar nicht, was soll das hier für ein Raum sein? Der nimmt nur Zeit weg, oder? Hier gibt's doch gar nichts. Nein, der... Ja. Oh. 20 habe ich. Aber kein Drehsprung. Goliath. Ja. Was? Warum hält Goliath zu viel aus? Warum hält Goliath... Nein, ey, das... Ey, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ja. Ja, 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 ja. Leck mich am Arsch. Vielleicht war es nicht. Wann hält Goliath zu viel aus? Der muss sterben nach einem Ninja-Stern. Wie alles andere auch. Was ist denn das hier für eine Demokratie? Von wegen hier. Ich will nicht sterben, deswegen sterbe ich nicht. Und... Oh, Mann. Verpiss dich doch. Ah, ha, ha, ha. Boah, ist das behindert. Ja, guck. Na, Obi-Wan kommt auch. Mann. Alter, beschützt lieber Qui-Gon. Oh, nein, Vogel. Nein. Ah, der respawnt immer. Ist das eine Kacke, Alter. Du bist alle in die falsche Richtung. Nein. Fuck. Nein, geh weg, gib Rätselbacken. Du Arschloch. Ich will den Drehsprung... Ich hab den Drehsprung vergessen. Nein. 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 Danke. Die respawnt auch wieder, oder? Natürlich. Oh, leck mich. Oh, leck mich. Egal. Mit Drehsprung und weg hier. Ich hab den Drehsprung. Und jetzt merke dir, wo Sachen sind, um den Drehsprung aufzuladen. Und merke dir vor allem auch... Oh, Gott. Merke dir vor allem auch... Ja, da war nämlich der Ninja-Stern. Super. Da darf ich nix mitnehmen. Da ist wieder Golead. Und... Was sind das? Drei Stück? Sind das drei Stück? Oh. Hier ist der. Den darf ich nicht mitnehmen. Jetzt schon, aber... Das ist unnütz. Und was ist das hier? Das ist genauso unnütz. Okay, hier muss ich nix von mitnehmen. Das ist Feuer. Feuer will ich auch nicht haben. Das ist Energie. Und das ist Energie. Okay. Das geht nicht. Alter, das muss ich innerhalb von Sekunden... Muss ich das abpassen. Wie soll denn das gehen? Oh, glaub ich. Oder halt mit dem Drehsprung. Den ich aber mittlerweile... Mal wieder nicht mehr habe. Einfach weiter. Einfach weiter. Hopp. Ja. Ja. Fortschritt. Ja. Oh. Oh. Oh, Großmaul. Jau. Okay. Wupp. Ach, genau. Es war Zeit anhalten. Ja, toll. Oh, Micky. Du bist ein Idiot. Das hätte für dich dann bestimmt auch noch gereicht. Aber gut, habe ich auch so tot gekriegt. Feuer. Feuer. Was kommt hier jetzt noch? Die Dinger, die... Nein, kein Vogel! Ey, die Vögel, das sind die totale Seuche, Alter. Das gibt es nicht. Die haben bestimmt die Vogelgrippe. Oh Gott. Die sollen mich schämen für solche Witze. Aber noch geht es mir gut. Ich reg mich noch nicht auf. Außer über den da. Tornado Ninja. Tornado Ninja? Tornado Karate Kid. Karate Kid Reloaded. Ach, denkt euch selber einen Namen für den Penner da aus. Wofür ist dieser Bildschirm? Dieser Bildschirm, der gibt absolut keinen Sinn. Warum gibt es diesen Bildschirm? Und warum springt der in die Leiter rein? Ich habe Drehsprung. Nein, 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 nein. Das darf ich nicht mitnehmen. Das auch nicht. Nein, nein, nein. Egal. Yes. Was? Warum leckt das? Ich habe Feuer. Ich bin so dumm. Obwohl, nee, bin ich gar nicht. Yes. Doch, doch bin ich wohl. Nein, das Feuer geht ja nach oben. Warum geht das Feuer nicht geradeaus? Warum habe ich immer das, was ich am wenigsten brauche? Ah, wie den zum Beispiel. Den will ich haben. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht haben. Das brauche ich. Ah, Obi-Wan. Obi, du bist doch schon lange da unten. Yes. Nein. Oh, fack dich. Ist das eine Schwalbe oder was soll das sein? Welcher Vogel ist so widerlich? So widerlich penetrant. Boah, oh, boah. Boah. Boah, ich fühle mich hier echt wie... Guckt euch die Gegner an. Ich fühle mich hier wie im Zirkus. Der eine schmeißt mit Bällen, der andere hops von Trapez zu Trapez. Und was die anderen da machen, das will ich gar nicht so genau wissen. Und hier ist der... Der... Oh. Zurecht erzogene Vogel, der durch die Manage fliegt und... Falsche Seite. Oh Gott. Was ist das hier eigentlich? Die Energie? Ja. Was ist... Moment mal. Was ist das da oben? Was ist das da oben? Ich will mal wissen, was das da oben ist. Ja. Was bist du? Feuer. Ja, leck mich. Will ich nicht. Gut, ich habe wieder dreht. Oh, leck mich. Hallo. Drehsprung. Oh Gott. Das ist wohl so ein Ausruhraum, um mal wieder ein bisschen runter zu kommen. Yeah. Nein, das will ich nicht haben. Geh weg. Danke. Ah. Oh, Alter. Ja, die meine ich. Was sind das, Alter? Das sieht hier aus wie im Zirkus. Nur, dass ich keine Eindruckskarte gekauft habe. Wobei ich Zirkus sowieso nicht mag. Ah. Jetzt. Yeah. No. Ey, fick dich. Ey, leck dich, Alter. Leck dich. Ich habe doch schon den Drehsprung gemacht. Gut, ich habe mittlerweile sowieso keine Energie mehr, aber... Ich habe den doch gemacht, den Drehsprung. Und trotzdem... Ja, ey. Ich bin nicht auf ihm drauf gelandet. Meine Nachbarn müssen auch decken. Hier ist irgendwie übelster Ehe... Ehe-Streit oder sowas. Gott. 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 Zirkus Roncalli, Alter. Ich will die Löwen gar nicht sehen. Ah. Lol. Lol. Ey, unten war der Swinger Club des Bösen und hier oben ist Zirkus Roncalli. Das ist ja super. Was ist noch eine Etage höher? Ah. Finden wir es hier raus. Oh, 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 oh. Oh, Gott. Ja, genau so. Na, Gott. Trinken wir überhaupt gar nichts. Mein letztes Leben. Ich muss auch noch auf die Zeit achten. Nein. Nein. Oh, nein. Leck dich am Arsch. Und er ist noch so motiv... Hallo. Fick. Meine Fresse, ey. Halt dich doch fest. Du Idiot. Ja, es geht wieder auf in die Magnesie. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt fällt mir wieder ein, warum ich keine Clowns mag. Nein. 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 Habe ich gesagt. Nein. Das ging davon. Ja. Ja. Ich wollte das nicht sehr gerne benutzen, aber nicht im Spiel, weil... Nein. Wie töt' ich den jetzt? Ich Idiot. Genau so. Was? Was? Ja, natürlich. Oh, Gott. Das passt richtig. Das passt richtig. Gehen wir weiter. Alter. 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 Halt dich doch nicht fest. Halt dich doch nicht immer zu fest. Ey. Ey. Der Typ in seiner Freizeit. Und ich wette echt, dass der bei all die Regale einräumt. Du Arschloch. Du Arschloch. Der Responder. Oh, nein. Das ist doch nicht mehr lustig. Nein. Ja. Obi-Wan. Geh hoch. Geh. Oh, du bist so talentfrei. Na, oh, Gott. Oh, Mann. Ey, der springt in irgendeine Richtung, in die er gerade will. Das kann nicht wahr sein. Und der will den Tod seines Vaters rächen. Ja, ehrlich mal. Ehrlich. Du willst den Tod deines Vaters rächen. Den Tod. Und wer? Verrate mir, wer? Wer in der Welt rächt dann deine? Umgerechnet 400 bisherigen Tode. Barbarous Rhyzant, oder was? Oh, verpiss dich. Doch, einfach weiter. Ich merke, wie das Spiel langsam anfängt, mich wieder anzukotzen. Ich will den Drehsprung. Danke. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen laggt. Ich habe keine Ahnung, warum. Immer so, wenn der Bildschirm so wechselt. Also, wenn es scrollt, dann laggt das irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht ist mein PC... Oh, Gott. Dem Spiel einfach nicht gewachsen. Dass das Spiel mein PC psychisch fertig macht. Wie auch immer ein Spiel irgendjemanden psychisch fertig machen kann. Wobei, doch, kann es. Ja, ich lasse es schon sein. Oh, Gott. Ja. Das geht nicht mit dem Drehsprung. Hey, Wichsen. Bäh. Jetzt ist er ohnehin wieder weg. Oh, Gott. Ich dachte, es geht mit dem Drehsprung. Aber nein, es geht nicht. Weil... Wann spawnt der? Jetzt. Boah. Was? Der macht auch noch... Wie viel Schaden macht der? Oh, das kann dauern. Das kann so lange dauern. Das kann so dermaßen lange dauern. Nein. 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 Was? Ich hatte Feuer. Ich dachte, ich hätte Stern. Oh.